Musik Thema dieses Films ist die Entstehung und die Bekämpfung von Bränden. Ein Brand, in der Feuerwehrsprache auch Schadfeuer oder Schadensfeuer genannt, ist ein Verbrennungsvorgang, also ein Oxidationsprozess mit Sauerstoff und einer Flamme. Damit ein Brand entstehen kann, müssen drei Bedingungen vorliegen. Es muss ein brennbares Material, ein Brennstoff, vorhanden sein. Es muss genügend Sauerstoff vorhanden sein, um den Verbrennungsprozess in Gang zu halten. Und es muss eine genügend hohe Anfangstemperatur vorhanden sein, um der Oxidation die nötige Aktivierungsenergie zu liefern. Feuerwehrleute nennen diese drei Bedingungen das Verbrennungsdreieck. Eine Verbrennung läuft nach demselben Schema ab wie die meisten exothermen Reaktionen. Zunächst muss, um die chemischen Reaktionen in Gang zu setzen, den Reagenzen ein bestimmter Energiebetrag zugeführt werden, die Aktivierungsenergie. Sobald eine kleine Brennstoffmenge reagiert hat, bringt die dabei freigesetzte Wärme als Aktivierungsenergie weiteren Brennstoff zum Reagieren. Eine Verbrennung ist also eine thermische Kettenreaktion. Je nach vorhandenem Brennstoff kann die anfängliche Aktivierungsenergie auf verschiedene Weise zugeführt werden. Meistens ist eine Flamme oder ein Glutherd der Auslöser, etwa eine glimmende Zigarette. Die Temperatur, bei der ein Brennstoff mit einer Flamme gerade einmal in Brand gesetzt werden kann, ist seine Flammentemperatur. Manchmal genügt es aber auch, den Brennstoff auf eine bestimmte Temperatur zu erhitzen. Diese Zündtemperatur ist höher als die Flammentemperatur. So entstehen zum Beispiel Küchenbrände. Die Aktivierungsenergie kann aber auch aus der Hitze resultieren, die bei einem Kurzschluss entsteht. Viele Materialien sind brennbar, darunter die meisten organischen Stoffe. Wobei im Falle von Holz nicht das Holz selbst, sondern die durch die hohe Temperatur freigesetzten Gase brennbar sind. Auch ein an sich nicht brennbarer Stoff, wie etwa Mehl oder Hausstaub, kann, wenn er in kleinen Partikeln mit Luft durchmischt als Staub vorliegt, enorm brennbar sein. Vor allem bei Zimmerbränden entstehen in kurzer Zeit enorm hohe Temperaturen, die weit oberhalb der Flammentemperaturen aller im Raum befindlichen brennbaren Stoffe liegen. So kann sich der Brand verheerend ausbreiten. Um einen Brand zu bekämpfen, gibt es drei Strategien. Man kann versuchen, den Brennstoffnachschub zu unterbinden. Das passiert etwa, wenn bei Gas- oder Ölbränden die Leitungen abgestellt werden. Oder wenn bei Waldbränden Schneisen in den Wald geschlagen werden oder sogar sogenannte Gegenfeuer abgebrannt werden. Man kann auch versuchen, den brennenden Stoff unter seine Flammentemperatur abzukühlen. Das passiert etwa, wenn wir ein Lagerfeuer mit Wasser löschen. Erstens kühlt das Wasser selbst und zweitens wird dem Verbrennungsprozess durch das Verdampfen des Wassers, eben durch seine Verdampfungswärme, weitere Wärme entzogen. Doch nicht in allen Fällen ist die Kühlung mit Wasser das geeignete Mittel, um einen Brand zu löschen. Brennt nämlich ein in Wasser nicht löslicher Stoff wie Öl, Fett oder auch Kerzenwachs, der zudem noch mit einer sehr hohen Temperatur verbrennt und eine geringere Dichte als Wasser aufweist, passiert die Katastrophe. Das Wasser sinkt mit seiner größeren Dichte unter den brennenden Stoff. Durch die Hitze des Verbrennungsvorgangs steigt seine Temperatur über seinen Siedepunkt von ca. 100 Grad Celsius. Dadurch verdampft das Wasser und steigt wieder nach oben, wobei es den brennenden Stoff mitreißt. Dadurch wird der Brennstoff fein verteilt und besitzt nun eine viel größere Oberfläche als zuvor, sodass er mit viel mehr Sauerstoff reagieren kann. Das Ergebnis ist eine sogenannte Fettexplosion. In diesen Fällen greift nur die dritte Strategie zur Brandbekämpfung, Sauerstoffentzug. Denn ohne Sauerstoff kommt der Oxidationsprozess der Verbrennung schnell zum Stillstand. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dem Feuer der Sauerstoff entzogen werden kann. Bei kleineren Bränden, etwa frisch aufflammenden Zimmerbränden, genügt oft schon das Abdecken mit einer Decke. Diese darf natürlich selbst nicht oder nur schwer brennbar sein, z.B. eine feuchte, aber nicht tropfnasse Decke. Bei größeren Bränden oder solchen mit mehreren Herden nutzen wir die Eigenschaft von Kohlenstoffdioxid. Nämlich erstens schwerer zu sein als der Sauerstoff der Luft und zweitens auch bei hohen Temperaturen eben keinen Sauerstoff abzugeben. Kohlenstoffdioxid ist deshalb Inhaltsstoff von vielen Feuerlöschgeräten. Entweder ist das Gas in komprimierter, flüssiger Form im Feuerlöscher enthalten, das beim Ausströmen durch den Druckabfall sofort gefriert, wodurch sich ein Kohlenstoffdioxidschnee bildet. Der Schnee besitzt eine Temperatur von minus 78 Grad Celsius und entzieht der Verbrennung weitere Wärme, kühlt den Prozess also ab. Oder das Kohlenstoffdioxid wird aus zwei Komponenten, etwa einem Karbonat und einer Säure, erst im Augenblick der Benutzung erzeugt. Wenn dieser Prozess in Gegenwart eines schaumbildenden Stoffes abläuft, haben wir es mit dem Löschschaum zu tun, der in vielen Feuerlöschern enthalten ist. Übrigens hat auch das Löschen mit Wasser diesen Effekt. Das verdampfende Wasser bildet einen dünnen Film um den Brennstoff, sodass die Zufuhr von Sauerstoff für einen Moment unterbrochen wird. Es ist für die Methode der Brandbekämpfung also wichtig zu wissen, welche Brennstoffe gerade verbrennen. Zur Vereinfachung werden die Brennstoffe in fünf verschiedene Brandklassen eingeteilt. A steht für feste Stoffe, also Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, Kunststoffe, Textilien und so weiter. B steht für flüssige oder bei Hitze flüssig werdende Stoffe, also Benzin, Alkohol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe, Eter, Lacke, Harz und so weiter. C steht für gasförmige Stoffe, also zum Beispiel Ethin, Acetylen, Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan oder Stadtgas. D steht für Metallbrände, also Aluminium, Magnesium, Natrium, Kalium, Lithium und deren Legierungen. F steht für Brände von Speiseölen und Speisefetten. Diese Fettbrandlöscher enthalten ein spezielles Löschmittel, das das brennende Fett verseift, also durch eine Lauge, in den Alkohol und ein Salz der Fettsäure umwandelt. Auf den Feuerlöschern befindet sich ein Kennbuchstabe, der angibt, welche Brennstoffe jeweils mit diesem Gerät gelöscht werden dürfen.